Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin und ich begrüße euch zum neuen Angezockt. Wir wollen Boss Rush Mythologie anzocken. Ich mach jetzt mal die Musik runter. Englisch, türkisch, chinesisch, japanisch, russisch oder so, ist alles mit bei mir. Der Polska wird das sein wahrscheinlich. Und was ist mit Deutsch? Natürlich, wir, nicht dabei. Wir machen erst mal auf easy. Vier geschlagen. Ah, da geht meine... Rolle und springen. Attacke. Bolt. Gut. In R. Rolle. Parieren, okay. Parieren. War tutorial sozusagen. Oh, was für coole Waffen. 400. Und jetzt sind die verschiedenen Dungeons oder was? Scheibenkleister. Da. Ja, da gehen wir erst mal von den verschiedenen Schwierigkeitsstufen an. So. Ach du, äh, der Wimpern. Ach du, äh, der Wimpern. Scheiße. Scheiße. Können wir ihn nicht heilen? Oh. Oh. Ich hab ihn ausgeschaltet. Trophäe gekriegt. Ah, da hätte ich dann mehr gekriegt. Oh, okay. Oh, okay. Okay. Oh, okay. Okay. Oh. Okay. Oh, scheiße. Ach! Hexe Baba Yaga, aber hat die nicht eigentlich... Ach ne, das war nicht, übrigens. War auf 2 bei der Hexe Baba Yaga. Okay, okay. Okay, okay. �� Oh Drecks wie hier Also kannst du ja eine Verteidigung machen, wie du willst. Oh, jetzt kommt die nächste oder was? Alter! Mist! 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 Was bringt der Arne? Der Arne schlicht ihn nicht viel zu verteidigen, ey. Drücke Dreieck. Der Arne schlicht ihn nicht viel zu verteidigen. Mann, ich hab doch Dreieck gedrückt. Der Arne schlicht ihn nicht viel zu verteidigen. 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 Der Arne schlicht ihn nicht vor. Der Arne schlicht ihn nicht vor. Ach, Mätschiff. Ah, tot. Exit Level. Ich glaube, da brauche ich eine bessere Waffe. Und 400. Ich habe 350. 50. Scheiße. Wenn ich jetzt wüsste, was das bedeutet. Scheiße, das war ja der Minotaurus. Scheiße. 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 Schnellblatt gemacht. Ich darf kein Damage kriegen. Ich darf hier auch kein Damage kriegen. Dann versuchen wir mal die zweite Runde hier. Und die hier. Vielleicht ist die besser machbar. Scheiße. 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 Neunzig. 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 Ne, da lass ich mal Leben drinnen. Woher? Ach, ich hab mich genucht. Das war's. Das war's. Mist. Das war's. Wir sind sehr unhandlich. Das war's. 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 Arthur. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. 21. Das war's. 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 Das. Das war's. Das. Das war's. 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 erwischt. Alter, willst du mich verarschen? Alter, willst du mich verarschen? Geh das? 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 Das war's. Naja, also ohne Wunden schaff ich's nicht. Also ich bin einfach zu schlecht dafür. Machen wir einfach jetzt noch ein paar Punkte nochmal, dass wir die restlichen Sachen kufen können und gucken, was passiert. Ach. Ach. Die könnte ich vielleicht so aussehen. Okay, nochmal Resetstart. Muss ich dann ausreuchen. Also erstmal das. Und dann das. Alter, was machst du denn jetzt für scheiß Käfer? Bist du denn ganz bescheuert oder was? So, das und das. Ach, du willst mich doch verarschen, Drecksau. Ach, ich will nicht. Okay. Also, snel. Also, das machen wir. Und dann ist das, glaube ich, jetzt. Oh. Also, das macht es gerade schon so. Also, das macht es eher nicht so. Ach, es geht aus. Ich frage mal. Und dann ist es nicht so cool. Es geht so. Es geht so. Die ist es wirklich gut. Fragen. Ich trage mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, was war das? Scheiße! Untertitelung des ZDF, 2020 Alter, willst du mich verarschen? Oh, was war das? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Scheiße! Muschabert ändern... Also mit dem grünen Handschuh ist er jetzt nicht so pralle... Oder mit dem grünen Faust... So... Die macht 90 Damage... Aber die ist ja bestimmt dann auch dementsprechend langsam... Ich versuche es mal... Nee... Bleib mal bei den... Fäustlingen... Tut das eigentlich ganz gut... Aber was macht das eigentlich... Aber was macht das eigentlich... Ja... Nicht... 50 Damage... Besser als irgendeine komische Flamme... So... Jetzt aber... Die Faust... Die Faust... Die Faust... Okay, nochmal das hat schon. Da kommst du ja nicht dazu, das Ding zu schmeißen. So, nochmal. Fuck. Ja, eins. Ja, eins. Ja, eins. Ah, leck mich, ich wollte gerade... Englisch! Dumme Fotze! Tor! Ach, wir sind ja fast am Ende! Boah! Boah! Mist! Leck mich doch am Arsch! Was ist aus dieser scheiß Wolke denn raus? Fuck! Jetzt endlich! Anubis... Schernobock! Schernobock ist ein polnischer, der hat auch einen Hammer! Ein bisschen wie Tor halt! Ra! Och Gott, Ra! Und wer ist hier? Haben wir noch Fragezeichen? Oh, Anubis! R1... Und hier! Wollen wir aber nur draufhauen hier! Boah! Alter! Boah! Boah! Scheiße! Ich habe vergessen mich zu heilen! Och, Mist! Ich habe nicht auf die scheiß Heilungsanzeige geguckt! Wir haben jetzt alle soll eins! So! Und dann das! Ich habe nicht auf die Strasse geklappt! Oh, was habe ich jetzt? Jetzt bin ich auf die Strasseierung! Lass mich aus. Anubis! Ich habe nicht auf die Strasseierung geplant. Und hier habe ich keine Strasseierung geschickt, Aber ich kann es einfach nach vorne! Scheiße, ich habe wieder nicht geheilt. Och, Mann. Ich nehme auf. Ich wollte eigentlich nur einen Angezockt machen. Jetzt bin ich hier schon eine Stunde am Zocken, ey. Fast 51 Minuten, naja, komm. Vielleicht schaffen wir doch noch durch. Mal gucken, ob da noch was anderes passiert. Und das? Oh, Alter. Oh, Alter. Oh, Alter. Mit der Feuerwehr ist es ja nicht mehr so schlecht. Also, dass ich hier irgendwie irgendwo ohne Null Schaden durchkomme, das ist utopisch. Immer noch nicht bekannt. Oh, Alter. Oh, Alter. Oh, Alter. Ach, ich habe vergessen, mich zu heilen. Ich habe vergessen, mich zu heilen. R1. Und Dreieck. Mist, ich habe doch L1 gedrückt die ganze Zeit, du verfickter Hurensohn. Ich habe das nicht so schlimm, ich habe das nicht so schlimm. Ah, schon erledigt. Oh, Gott sei Dank. Puh. Zeus. Ah, okay. Nicht Odin, sondern Foyce. Das ist ein paar Jahre. Erst mal mit das. Dann das. Oh. 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 Und somit haben wir halt eine neue Platin. Ich hoffe, ihr wird angezockt, beziehungsweise innerhalb von einer Stunde Platin, knapp einer Stunde Platin machen, hat euch gefallen. Also das war jetzt eigentlich nicht beabsichtigt. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wäre ein Träumchen, wenn ihr noch Fragen habt, in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ahoi. Das sagt euer Odin.